Boom, Baby! Ihr Weg ist frei! Nice. Sehr schön. Ach, da ist Mordecai. Scheiße, ich brauch dringend Sniper-Munition. Nein, Mordecai! Landungsschiff wird als Ziel erfasst. Beginne mit lunarem Bombard-Bemot. Oh... Sie haben uns im Visier! Geh, drei Strap! Geh! Scheiße! Nein! Break Mordecai! Wahrscheinlich, ja, man fährt in dem Schiff, dringend Sniper-Munition. Wurde abgeknallt. Alter, hier geht jetzt echt ein bisschen so die... Hier ist jetzt echt gerade die Scheiße am Dampfen. Hä? Schaffst du was? Jaja, glaube schon. Ja, hab ich jetzt. Alter, schieb ab, du Scheißgeschütz! Alter, komm nur auf! Alter, komm nur auf! Stampfe einfach einmal und kümm ich damit! Ach, ach, schuhe. Scheiß, Mann! Oh, schaffst du das, irgendwie? Ich hab bin selber... Und das werde ich wohl auch nicht schaffen, ne! war so ein kleines fliegelinges ja das wird jetzt noch ein bisschen schwerer aber ich bin fast 31 ja dann habe ich auch super killer wie viel fehlt dir noch wie viel fehlt ihr denn überhaupt noch wir noch ein bisschen mehr scheiße grenades habe ich wieder sechs stück das Oh fuck, ich habe einen Helgen gefunden, aber Na, dafür ist das nicht gegangen. Immer so ein kleiner Atompilz bei denen. Zack, ein Schuss, ein Kill, nice. Mann, ich bin hoch. Okay, ab durch die Wand. Deiner Wichser, versteck dich doch nicht. Oh toll. Ach du hast den Klaasmund auf den Schultern meintest du ja mal, jetzt habe ich das gerade gesehen. Ach, das sind Jetloader. Da bin ich glaube ich doch ein bisschen besser mit meiner Schrubbwind bedient. Oh verdammt. Alter, jetzt geht doch. So, deine Schlampe. Alles klar. Waffen. Was ich jetzt am überlegen bin. Schafft es Jack den Krieger zu beschwören und müssen wir den Krieger dann töten oder verhindern wir das noch? Ich glaube eher ersteres glaube ich auch. Aber wer weiß. Was? So. Spawn Point. Ich habe Medi-Kids gefunden. Leck. Der war wunderschön. Danke. Wusste ich's doch. Kommt noch vom Hamburger Fohlen. Von beiden Hamburger Fohlen. Oh. 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 Verdammt. Zack. Handvoll Headshots. Schaffst du das? Sehr schön. Super Badass. Ey. Ganz ehrlich. Ohne Säure. Wie überlebt man hier? Ja. Wow. 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 Das dazu. Das dazu. Oh der Sack. Wuh. Das war da mein Raketenwerferfach. Krieg. Oh. Nur 7000. Nice. Ja. Genau. Sieben Prozent. Das geht ja. Ja. Oh. Nein, der geht gleich. Jawoll. Sehr schön. Ist hier da noch einen getarnten? Jetzt hab ich ein doppelbeschwitziges. Denkst du? Nein. Also mit zwei Rohren mehr Feuerrate. Kann ich gleich mal sehen. Uh. Das Snipergewehr schnapp ich mir mal wenn du nichts dagegen hast. Ja. Ich hab 1500. Das ist aber ein grünes für Level 27. Alter, ich stehe. Ist das hier. Das ist. Ist das ein Geschütz noch? Und was ist das? Das Badass Constructor kommt jetzt auch noch hier an. Egal. Den killen wir auch schnell. Ey. Ich schieße jetzt die ganze Zeit auf ihre Augen. Das ist besser. Ja. Ja. Schau mal auf den Constructor rein, was geht, ne? Oh, rein los. Was hab ich gelassen? Und wo ist dein neues Geschütz? Hast du das schon einmal eingesetzt? Ich fahre das gerade auf. Weil es so ganz selten. Oh, okay. Hier nutzt das Spielfeuer von außen. Es wär's voll tot. Ja. Den kriegst, ähm, kümmerst du dich um die Kleinen? Dann mach ich den Constructor von hier in der Weine. Und das einfach. Oh, level up! Scheiße, ich hab nur noch neun Schuss. Ach. Ich hab auch den Sniper-Money. Jawoll. Sniper-Money. Ich hab grad irgendwas mit meinem Großes an. Ja. Ups. Zack. Zack. Ich sehe dich. Alter. Warum ging das da nicht? Ja, das war ein Headshot, Junge. Und das war auch einer. Ich kümmer mich da mal um den Ionen gleich, wenn er seine Schilde runterfährt. Schüsse. Jens. Da willst du dich verstecken. Ja, das war eine Kugel in deinem Schädel. In die Eier. Alter, Reparaturbot. Scheiße, keine Muni mehr. Wie geil. Das Geschütz zählt als Slack-Schaden für mich. Jeder Schuss, den er macht, ist Slack-Schaden. Ich hab grad zwei Slack-Erfolge gekriegt, weil er über 5000 Schaden gemacht hat. Geil. Geil. Slack-Gelenk. Ja. Lol. Toll, weil der Gegner in ihm steht. Oh, der... Ich halt mit drauf, was geht. So. Ach ne, da ist noch einer, ne? Mit meiner Waffe gekillt. Skill-Punktions. Mit meiner Waffe gekillt. So. Skill-Punktions. Und verteilen, würde ich mal sagen. Oder erstmal ganz kurz Badass. Nein. Skill-Punkt. Ich kann den letzten Skill... Nein, kritischer Treffer, den Schaden und den kritischen Treffer-Schaden. Den du mit... Dieser Effekt kann sich maximal 99 mal anhäufen. Die Anhäufung verfahren. Ich mach das einfach mal den letzten. Ich guck mal. Das hätte ich eigentlich bei unsichtbar als letztes. Den hin- und herbeben und dauerhaft drin bleiben. Mit dem... Ja. Das probier ich dann auch bald mal aus. Das ist auch cool. Eine Waffenkiste. Oh, Waffenkiste. Jawoll. Und... Scheiße. Und noch mehr Scheiße. Nimm du die. Woops. Und... Vault of the Warrior. Fertig? Das war richtig geil. Los geht's. Das scheint... Das Ende zu sein. Ist auch schon fast 12. Ja. Fast 12. Egal. Brauch geschissen. Wenn wir Leute ewig drauf haben. Schade. Weiter geht's. Nächstes Jahr. Ja. Erst nächstes Jahr. Ganz ehrlich, bis ich hier bin. Würde ich selber hochladen. Drei Jahre. Wäre das zwei Jahre. Oder zwei Jahre. Zwei, drei Jahre. Jetzt liegt es an mir, diese Welt vor deinesgleichen zu retten. Aber... Ich bin mehr als froh, das zu tun. Cool. Jetzt bin ich hier oben und... Da vorn bringt mir nichts. Ich bin schon Lilith. Warte mal. Warte mal kurz auf mich. Ich bin da vorn durch diesen Lava... Lava-Fresse guckt, ob sie Liliths gehen. Holy shit. Oh ja, da ist Lilith. Nice, nice. So, ich sehe da Automaten. Kann ich gleich nochmal meine Munition aufbüllen. Ich bin mal gespannt... Was der End-Boss ist. Ob es wirklich der Krieger ist oder so. Alle Spieler-Erborderungen. Ja. Bin schon unterwegs. Ich sag Handsome Jacks wird zum Krieger. Das war gemeint mit... Du kannst den Krieger kontrollieren. Was? Wurde ich überhaupt nicht. Ja. Denke ich mir nämlich auch irgendwie... Hui, ich kürze ab und wäre fast gestorben. Das wäre ja irgendwie scheiße, wenn Handsome Jack kein End-Boss-Killer wie auch immer ist. Ja, ganz ehrlich... Es wurde so gesagt, der ist so ein Weichei irgendwie, dass er nie was selber macht. Außerdem... Vielleicht reitet der auf Arschgaul rein. Ja! Das wäre geil, auf Arschgaul sein, wenn jemand fährt. Das wäre so ein richtiges Einhorn vollgepumpt mit Drogen, überall Glitzer und keine Ahnung was. Geil. Arschgaul! Komm her, Arschgaul! Hier gibt's Medi-Kids und Schilde! Schilde! Uh! Oh, ich hab alles voll. Gekauft! Ausverkauf! Ausverkauf! So, verkaufen! Was kann ich verkaufen? Liquid Sniper kann ich jetzt ja verwenden. Die behalte ich auch nochmal. Die kann weg. 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 Den Schild behalte ich. Und Anpassung verwende ich jetzt. Das war alles und wir können weiter machen. Können wir sofort machen? Wir brauchen einen Hardhut.